Was ist das Gesetz des Geistes? Das hat eben jemand gesagt, finde ich ganz, ganz wichtig, Römer 8, Vers 1. Denn das Gesetz des Geistes hat mich freigemacht von dem, wisst ihr das, wie es weitergeht? Von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Was meint denn Paulus mit dem Gesetz der Sünde und des Todes? Welches Gesetz meint er denn da? Das vom Sinai. Das war mal wohl Ketzerei. Oder? Dieser Mensch redet wieder diese Städte und wieder das Gesetz. Stephanus und Paulus. Wieder das Gesetz. Weil der hat das Gesetz geschändet. Der hat gesagt zu dem Gesetz, das wäre das Gesetz der Sünde und des Todes. Das gab es ja nicht. Das gab es ja so. Also das Gesetz des Geistes hat mich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Vielleicht können wir das einfach mal kurz lesen, weil das ist so wichtig. So ist nun nichts Verdammliches an denen, die in Christo Jesu sind, die nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Denn das Gesetz des Geistes, der da lebendig macht in Christo Jesu, hat mich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, zumal es durch das Fleisch geschwächt war. Das tat Gott. Die Worte, die Paulus hier wählt, beschreiben eine ewigkeitliche Wahrheit, die wir mit menschlichen Worten kaum sauber ausdrücken können. Weil menschliche Worte dafür zu schwach sind und auch unser Geist, also diese Worte muss man eigentlich immer wieder neu auch, oder sollte man immer wieder neu auch lesen und in den Zusammenhang der ganzen Bibel verstehen. Nicht aus dem Zusammenhang reißen und mit meinem, so habe ich am Anfang die Bibel gelesen und anders konnte ich sie auch nicht lesen, weil mir der Überblick halt gefehlt hat. Aber je mehr man sich in der Bibel bewegt, desto mehr muss man sagen, da beschreibt die Bibel eine ewigkeitliche Wahrheit, die mit unseren begrenzten irdischen Worten kaum in Worte zu fassen ist. Aber dieses Gesetz des Geistes ist ein anderes als das Gesetz vom Sinai. Denn das Gesetz vom Sinai hat die Sünde gezeigt und den Tod gewirkt. Wenn ihr Rabbiner heute fragt, oh, die haben ganz wunderbare Umschreibungen, wie sie das Gesetz Gottes nennen, die machen einen das sehr lieb. Aber seine Wirkung bleibt dieselbe. Der Gesetzesmensch und auch der jüdische Mensch, der düngt sich aber darin, das Gesetz erfüllen zu können. Das ist das Absurde dabei, dass das, worin der Paulus sich überführt, gesehen hat als Sünder, ein jüdischer Mensch oder ein christlicher Gesetzesmensch glaubt, gerade darin, das Leben zu haben. Und zwar in dem selben Wort, beide lesen dasselbe Wort. Das ist ganz erstaunlich. Da gibt es doch diese Bibelstelle, wo Jesus sagt, ihr forschet in der Schrift und ihr meint das ewige Leben darin zu finden, aber sie ist von mir zeugt und zu mir wollt ihr nicht kommen. Ihr lest in der Schrift und meint, im Buchstaben hättet ihr das Leben. Aber in Wirklichkeit der innere Sinn des Gesetzes ist, euch die Schuld zu zeigen und von mir zu sprechen. Aber zu mir wollt ihr nicht kommen. Boah, ja, aber das sind doch entschiedene Leute, die sind doch entschieden gläubig. Aber irgendwie scheint da irgendwas in so einem Webfehler zu sein. Weil die studieren die Schrift, die forschen in der Schrift und die meinen, sie hätten darin schon das ewige Leben. Und eigentlich war der Sinn doch, dass ihr von Jesus spricht. Aber zu mir wollt ihr nicht kommen. Okay, das Gesetz des Geistes, das habe ich in Klammern gesetzt, weil das eigentlich aus dem Römer 8, Vers 1 und 2 dann da resultiert. Das Gesetz Christi und das ist dasselbe. Das Gesetz des Geistes und das Gesetz des Christi ist dasselbe. Warum? Weil das Wort ist Geist und Gott ist Geist und Gott ist das Wort und das Wort ist Christus und Christus ist Gott und Gott ist, versteht er das eins? Einer hat gesagt, wer voll Geist ist, ist voll Wort. Das fand ich gut. Wer voll Geist ist, ist nicht voll Wulle Wulle. Ich sage das jetzt unter euch so. Sondern wer voll Geist, warum? Weil das Wort aus Geist ist. Deswegen hat man auch so oft so Schwierigkeiten, sich die Ruhe und die Zeit zu nehmen, die Bibel zu lesen. Weil der Teufel das nicht will. Weil das ist die Quelle des Geistes Gottes. Und da will er uns auf allen Möglichkeiten davon wegziehen. Weißt du, wie es euch geht? Sobald ich die Bibel anfange aufzulesen, klingelt mein Telefon. Und da hat mein amerikanischer Prediger gesagt, wenn du anfällst, die Bibel zu lesen oder betest, weil ihm das auch so geht, dann gehen ihm sofort Sachen im Kopf rum. Oh, ich muss ja noch einkaufen, dies und jenes und das muss ich noch machen und jenes noch machen. Und meistens beim Gebet. Und er sagt, er nimmt sich einen Zettel und einen Stift und den legt er sich daneben und dann fängt er an zu beten. Und wenn er betet, dann merkt er irgendwo, oh, mir fällt noch was ein. Dann hört er kurz auf zu beten, schreibt sich das auf und dann betet er weiter. Und sagt, das gibt ihm Ruhe. Fand ich super. Die Amerikaner sind unglaublich praktische Leute. Und fand ich einen tollen Tipp, also wenn ihr da Schwierigkeiten habt, einfach ein bisschen Schreibzeug dazu zu nehmen. Und dann Zeit zu haben, auch zu beten. Wer hat das Gesetz Christi? Was ist denn das? Wisst ihr, wo das steht? Ja, hast du schon gesagt, ja? Jakobus? Jakobus, ja? Fünf, willst du lesen? Was ist denn das? Eins. Jakobus, eins. Zwei. Zwei? Ich habe eins, 25. Hast du noch einen anderen? Ja, das gibt es auch nochmal, hast du recht, ja? Jakobus, zwei, zwölf, ja? Ja. Wer redet und handelt als solche, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Genau, also Jakobus, ja? 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 Das Gericht ist unbarmherzig gegen den, der keine Barmherzigkeit geübt hat. Und Barmherzigkeit ründet sich wieder das Leben. Genau, ja, genau, da hat man mal das Gesetz der Freiheit, wer aber hindurch schaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin beharrt und ist nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter, der wird selig sein in seiner Tat. Also da wird das Evangelium als Gesetz der Freiheit beschrieben, ja? Fast mit ein bisschen Bezug hier auf das Gesetz vom Sinai, ein ganz anderes Gesetz, ja? Ein, nicht ein Joch, sondern ein Joch, das sanft und leicht ist. Ganz anders, ja? Das war zur Sünde und zum Tode. Und das ist eigentlich gar kein Gesetz. Ja? Das ist die Nachricht, das ist eine Botschaft vom Heil in Christus, ja? Er hat uns freigemacht, er hat das Gesetz erfüllt, es hängt alles in ihm, ohne ihn kein Heil, ja? Er hat alles wahrgemacht. Dass das Gesetz Christi ja einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen, das ist schon alles. Ja gut, das für einen Pharisäer ist jetzt natürlich ein bisschen wenig, der will ja ein bisschen mehr haben, weil der will ja auch zeigen, dass er was kann. Da braucht er mehr Paragrafen. Ja, aber so easy ist er doch nicht. Das, super, das ist richtig, ja? Und da müsste man uns eigentlich noch ein bisschen Zeit nehmen für, denn der Gesetz ist, ich übertreibe jetzt ein bisschen, ja? So ein Gesetzesmensch oder ein Israelit oder, ja, der macht seine Gesetzesarbeit halt von 8 bis 16 Uhr und dann hat er Feierabend. Ja? Der gibt auch den Zehnten. Aber ein Mensch, den die Gnade ergriffen hat, der hat alles verloren an Christus. Und der gibt den Hundertsten, hätte ich jetzt fast gesagt, ich kann nicht so gut rechnen. 100 Prozent, ja? Nicht nur 10. Das Gesetz hier zu halten, das ist dem Gesetzesmensch viel zu viel. So viel will er dann auch nicht. Also alles natürlich nicht. Das, was ihm gut abgeht, das macht er. Aber mehr macht er nicht. Das ist viel schwerer zu erfüllen. Wenn wir das Gesetz Christi halten, wenn wir das Gesetz des Geistes halten, wenn wir Jesus Christus nachfolgen, dann werden wir in vielen Dingen viel Widerstand erleben. In der Familie, im Beruf, da wird man lachen über uns, da wird man uns schmähen. Manchmal fliegen wir da und dort raus, da werden wir benachteiligt werden. Mir fällt das sehr schwer. Ich mag sehr ungern nur Ungerechtigkeiten, ja? Und ich glaube, wir kommen in eine Zeit rein, wo das mehr und mehr kommt. Wir haben bei uns in Stuttgart einen Baurechtsanwalt. Das ist eine sehr eloquente Persönlichkeit. Der ist so zwei Meter hoch und hat schneeweiße Haare und so eine Juristenbrille auf und ist immer sehr elegant gekleidet. Und ich war abends eingeladen auf so eine Einweihung von einem Neubauobjekt da in Stuttgart. Und dann gab es halt Fingerfood und ein bisschen Empfang und Schischi, ja? Und dann kamen wir so ins Gespräch und dann irgendwann kamen wir aufs BGB und dann habe ich gedacht, boah, da leite ich mal über auf die Bibel. Und dann irgendwann hat er laut gelacht. Was, du glaubst, dass die Bibel Gottes Wort ist? Ha, 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 hab ich schon noch nie gehört. Ich sage, jetzt ist aber Zeit. Da darf er schon mal ein bisschen frech sein, ja? Aber das passiert natürlich, ja? Ich habe bei einer Bank gearbeitet im Großraumbüro und da kam ein Kollege von mir zu mir. Und ich war irgendwann am Arbeiten am Computer und dann kam der zu mir und dann sagt er, hallo Achim, hast du das und das gestern im Fernsehen gesehen? Und ich war am Arbeiten und guckte so und sagte, du, wir haben keinen Fernseher. Und ich denke, oh, scheiße, jetzt geht's los, wa? Und das ist eigentlich ein relativ guter Freund von mir, aber gar kein Christ. Und er sagt, aber jetzt ist das für ein urchristisches Verhalten. Sag ich, wieso? Ja, keinen Fernseher zu haben, weil seine Frau ist eine Russlanddeutsche und der weiß schon vom Glauben. Wolfgang heißt der, ja? Der weiß schon vom Glauben. Aber, also wir reden auch sehr oft. Der hat Krebs nachher im Endstadium, der lebt noch, aber er hat gesagt, du, du bist fast in der Hölle gekommen, du musst die Bibel lesen, sonst gehst du in die Hölle. Volles Programm, kann der ab. Da ist ein grober Klotz, der braucht einen groben Keil oder war das umgekehrt, keine Ahnung. Ich sage, wenn du dich nicht bekehrst, gehst du in die Hölle. Ja, Bibel. Sag ich, doch, Bibel. Ja, ich habe, aus der französischen Revolution habe ich was gelesen, ja? Das tut mir auch gut. Sag ich, das mag sein, dass dir das gut tut, aber es rettet dich nicht, du gehst verloren. War ich unter Männern, ja? Der hat mir das nicht übel genommen. Und dann war noch unser, ein anderer Kollege auch dabei, wir waren zu dritt in Stuttgart im Café. Der schaltete sich dann auch noch ein und hatte irgendwas zu sagen. Sag ich, und du, Heiko, du musst dich auch bekehren, sonst gehst du auch in die Hölle. Aber wir sind noch Freunde, ja? Manchmal kann das sein. Manchmal muss man auch sehr vorsichtig mit dem Evangelium umgehen. Aber bei den zwei durfte ich das mal tun, ja? So, und der sagt also mitten in der Bank zu mir, was ist denn das für ein urchristliches Verhalten, du hast keinen Fernseher. Und alle, Großraumbüro, ne? Hüübing, da, ihr, ja, Scanner. Ja, sag ich, ich bin halt Christ. Sag ich, das muss sie mal erklären, ne? Sag ich, ich bin Christ und ich finde das nicht gut für die Kinder, deswegen haben wir keinen Fernseher. Christen mit Bibel und so, ja, sag ich, natürlich mit Bibel. Und dann fing er an, um die Bibel zu frotteln. Aha. Sag ich, du, weißt du eigentlich, was in der Bibel steht? Nicht so gut, aha. Sag ich, weißt du, was im Römerbrief steht? Ne. Sag ich, weißt du, was im Epheserbrief steht? Ah, jetzt, jetzt so aus dem Stehgreif. Aha. Kennst du auch die fünf Hauptargumente von Paulus im Kolosserbrief? Ja, die kenn ich nicht. Sag ich, genau, gibt's ja auch gar nicht. Jetzt machen wir mal was für die Dummen unterhauen. Alle saßen damit so ordentlich. Ich will nur sagen, manchmal darf man auch ein bisschen kässe in den Evangelium. Sag ich, jetzt machen wir mal was ganz Einfaches für dich, Wolfgang, ja? Was haben denn Adam und Eva im Paradies gegessen? Sag ich, raus mit der Sprache. Du hast angefangen, nicht ich. Einen Apfel, sag ich, genau, ein Apfel. Sag ich, du weißt überhaupt nichts von der Bibel. Du weißt nicht, was im Römerbrief steht, du weißt nicht, was im Epheserbrief steht, was im Kolosserbrief steht, was im Paradies gegessen wurde. Da steht nämlich nichts von einem Apfel. Und du spottest über die Bibel. Sag ich, ich glaube, du bist von gestern. Sag ich, dann lass mich jetzt bitte in Ruhe, ich muss noch was fertig machen. Manchmal darf man das tun, ja? Legt euch ein bisschen Munition bereit. Ihr müsst ja nicht direkt alles abfackeln. Zurückfragen ist super, ja? Und wenn ihr gefragt wird, sagt ihr, kommt drauf an. Ja und nein, ja? Oder für dich schon, für mich nicht. Geht auch, ja? Ja, man kann so ein Zeugnis geben. Auch für Arbeit. Natürlich. Meistens erkennt man da auch Christen, weil wir da den Mut zu haben, das zu sagen. Und man wird auch oftmals auch da auf Widerstand stoßen. Ja. Also von daher, als Christ kann man ein Zeugnis geben, überall. Ja. Man sollte es auch dann noch. Und kann man auch humorvoll, manchmal muss man es sehr streng machen, ja? Manchmal darf man, muss man sich auch vom Herrn leiten lassen. Manchmal muss man sehr dezent und sehr vorsichtig sein und mit ein bisschen Einfügungsvermögen. Ich hatte einen Freund, der ist in der katholischen Kirche halt vergewaltigt worden als Kind. Da muss man ein bisschen zurückhaltend sein, ja? Ist ein Geschäftsmann irgendwo in Frankfurt. Gibt es viel häufiger, wie wir denken. Also nicht nur dort, sondern überall, ja? Das Thema ist ein großes Thema. Und manchmal ist man dann wieder viel zu zurückhaltend, ja, und sagt nichts. Erinnert euch noch an meine Frage am Anfang? Hat sich das Priestertum im Neuen Testament geändert? Was würde ich denn sagen? Ja, oder? Ja, ganz grundlegend. Ja? Hat es sich geändert? Ja. Muss sich dann auch das Gesetz ändern? Ja. Warum? Weil das Priestertum übt ja das Gesetz eigentlich aus. Priestertum ist ja die Exekutive des Gesetzes, ja? Und wenn das Priestertum sich ändert, dann muss sich auch das Gesetz ändern. Und auch umgekehrt, wenn das Gesetz sich ändert, dann muss sich auch das Priestertum ändern, ja? Welches Priestertum galt im Alten Testament? Das levitisch-aronitische. Dem Neuen Testament? Christi, ja? Christus ist der Priester, der hohe Priester. Jetzt sagt Paulus, Christus ist ein hoher Priester. Das sagen die Juden, dein Christus ist überhaupt kein hoher Priester. Wo ist es? Ich sehe ihn nicht hier. Hier ist Jerusalem. Hier ist der hoher Priester. Jetzt sagt Paulus zu den Korinthern, ihr seid ein Tempel im Heiligen Geist. Ja? Alle Christen nicken immer. Ja, genau, das steht ja in der Bibel. Genau. Wann schreibt es Paulus? 55 nach Christus. Erster Korintherbrief. Stand da der Tempel noch in Jerusalem? Ja. Der stand da noch. Wann ist denn der zerstört worden? 70. 70 nach Christus, ja? Also 15 Jahre später. 15, 20 Jahre später. Das heißt, der Tempel stand noch da. Und da haben die Juden gesagt, merkt ihr, was der Paulus für ein Wirrkopf ist? Der faselt was von irgendeinem spirituellen Tempel, der bei den unbeschnittenen Korinthern steht, während der Tempel doch hier in Jerusalem ist. Ihr könnt ihn mit eigenen Augen sehen. Kommt her und schaut ihn an. Hier steht der Tempel. Hier sind die Opfer. Hier sind die Hohenpriester. Hier ist er. Hik Salter, Hik Rodos. Hier ist es Rodos. Hier sind die Spiele, ja? Hier, ihr könnt es mit eigenen Augen sehen. Und der natürliche Mensch ist nach Jerusalem und sagt, stimmt. Der Paulus hat sich wahrscheinlich geirrt. Der ist bestimmt ein Irrlehrer. Das ist ja Tempelschändung. Ja? Der kann ja nicht sagen, dass der heilige Tempel Gottes in Korinth bei den unbeschnittenen Gojim steht. Das ist Tempelschändung. Dieser Mensch redet wieder diese Städte und wieder das Gesetz. Aber 15 Jahre später waren die Juden dann auch ein bisschen schlauer. Noch nicht so richtig, ja? Da wurde der Tempel zerstört. Und nach 2000 Jahren nicken alle und sagen, ja, wir sind der Tempel Gottes, wir sind der Tempel im Heiligen Geist. Aber ist nochmal ein spezielles Thema, ja? Aber ein neues Priestertum gilt im Neuen Testament. Ja, das Priestertum Christi. Er ist unser hoher Priester. Und wer sind wir? Wenn er hoher Priester ist, wer ist die Gemeinde? Priester. Priester, ja? Der hohe Priester sehen wir gleich schon am Bild. Kopfbund, Brustschild, Schulterstücke, ja, wo die Namen der Stämme Israels drauf standen. Prächtige Kleider, blaue Schürze, Glöckchen unten. Er hat immer gehört, wenn der kam, wenn der ging, haben die Glöckchen geläutet, ja? Und da gab es die einfache Priesterschaft, die hatten halt weiße, normale weiße Gewänder, weiße, reine Baumwolle, ja? Jetzt ist aber Jesus ein Priesterkönig. Wenn er hoher Priester und König ist und wir sind Priester, werden wir dann auch Könige? Ja, wir werden mit ihm herrschen. Wir sind auf Gedeih und Verderb, auf Gedeih, Verderb nicht mehr, aber auf Gedeih mit ihm verbunden. Ja? Er in uns und wir in ihm. Er nimmt uns in allem mit, er zieht uns mit allem mit, ja? Jetzt im Fleisch sind wir Priester, der einst, wenn wir bei ihm sind, werden wir mit ihm herrschen. Das ist, das dürfte man nicht sagen, wenn es nicht in der Bibel stünde. Ja? König, Priestertum, Christi und unser Anteil daran, ja? Ganz vorsichtig ausgedrückt. Es steht sogar in der Bibel, Hebräer 7, wo das Priestertum verändert wird, muss auch das Gesetz verändert werden, sagt die Bibel. Ja? Hebräer 7, 12 ist das große Kapitel im Hebräerbrief über den Melschisedek. Ja? Sollen wir da kurz aufschlagen? Hebräer 7, Ketzerei, für Juden Ketzerei, was da steht, ja? Vers 11, Hebräer 7, 11. Ist nun die Vollkommenheit, ich sag mal, schon durch das levitische Priestertum geschehen? Was ist denn, denn unter demselben hat das Volk das Gesetz empfangen, am Sinai? Was ist denn dann weiter Not, zu sagen, dass ein anderer Priester aufkommen solle nach der Ordnung Melschisedeks und nicht nach der Ordnung Aarons, ja? Er sagt also, wenn das levitische Priestertum schon alles war, was Gott von uns wollte, warum spricht er denn plötzlich von einem Priester nach der Weise Melschisedeks? Denn wo das Priestertum verändert wird, da muss auch das Gesetz verändert werden. Und zwar vom Gesetz des Buchstabens in das Gesetz des Geistes, ja? Weil der irdische Hohepriester ein eblicher Hohepriester jetzt ist im Neuen Testament, ja? Denn von dem solches gesagt ist, der ist ja aus einem anderen Geschlecht, aus welchem nie einer des Altars gewartet hat. Christus ist, von dem ist das gesagt. Und der ist aus welchem Geschlecht? Der ist aus Judah, ja? Judah war aber das Königsgeschlecht, das davidische Königtum kam aus Judah, weil er Königpriester ist. Dem Fleisch nach kam er aus Judah, ja? Dem Geist nach ist er ein Priester, nach der Weise Melschisedeks. Vers 14, Es ist ja offenbar, oder er sagt eigentlich, eigentlich ist es klar, dass von Judah gekommen ist, unser Herr Jesus Christus, zu welchem Mose aber nichts geredet hat vom Priestertum. Ja? Mose hat das Priestertum nicht Judah gegeben, aus dem Stamm Judah, aus dem Jesus kam, sondern Mose hat das Priestertum dem Levi gegeben. Jetzt kommt aber Jesus aus dem, aus Judah, aus dem anderen Stamm, ja? Und jetzt sagt er, weil sich das Gesetz verändert hat, weil sich die Priesterschaft verändert hat, muss sich auch das Gesetz ändern, ja? Vers 14, es ist ja offenbar, dass von Judah aufgegangen ist, unser Herr, zu welchem Geschlecht Mose aber nichts geredet hat vom Priestertum. Und es ist noch viel klarer, so nach der Weise Melschisedeks ein anderer Priester aufkommt, welcher nicht nach dem Gesetz des fleischlichen Gebots gemacht ist, sondern nach der Kraft des unendlichen Lebens. Denn er bezeugt, du bist ein Priester ewiglich nach der Ordnung Melschisedek. Damit, denn damit wird das vorige Gesetz aufgehoben, darum, dass es zu schwach und nichts Nütze war. Das Gesetz vom Sinai wird damit aufgehoben. Und es ist vorbei. Denn das Gesetz konnte nichts vollkommen machen. Und es wird eingeführt, eine bessere Hoffnung, durch welche wir zu Gott nahen, nämlich der Glaube. Das Priestertum wird verändert. Es geht über von Levi auf Judah. Und eigentlich geht es nicht von Levi auf Judah. Es geht von Levi auf Melschisedek. Es geht von Levi, vom Priestertum zur Königreichslinie, weil ein Königpriester kommen soll. Und dann sagt er, eigentlich ist das noch nicht komplett. Es geht zu Melschisedek. Melech, Zadok. Herrscher, Heilig. Herrscher und König und Priester, Melschisedek. Ohne Anfang, ohne Ende. Alle werden im Zins war. Geheimnis. Könnte man auch sagen, es geht vom Irdischen zum Himmel. Natürlich, ja. Nee, natürlich, absolut, ja. Es geht vom Irdischen zum Himmlischen. Er macht es jetzt hier am Buchstaben. Er nimmt jetzt das Gesetz und benutzt das Gesetz dem Gesetz gemäß. Erster Bibelfers von heute, ja. Das Gesetz ist gut, wenn man es recht gebraucht. Er nimmt das Gesetz, und zwar den Tanach, 1. Buch Mose, 1. Mose 12, Abraham, früher noch, 1. Mose 10, 11, 12. Melschisedek, Kampf gegen die Könige von Sodom. Plötzlich kommt irgendein Melschisedek, bringt Brot und Wein, nachdem der Abraham die Schlacht gewonnen hat, und hält Abendmahl mit dem. Und Abraham gibt dem den Zehnten von all seiner Kriegsbeute, ja. Das heißt, Abraham hat den Melschisedek, wo keiner weiß, wo kommt der Kerl her, der war ein Priester des Höchsten. Ja, da gab es ja noch gar kein Gesetz vom Sinai. Ja, klar, das war ja 500 Jahre vor dem Sinai. Ja, wo kommt der Herr, wieso hat der da Wein und Brot? Was tut der denn? Der hat ja kein Gesetz, ja. Wieso war der Priester des Höchsten? Und jetzt sagt der Hebräer, brieft der Melschisedek, der war ohne Anfang, der hat kein Geschlechtsregister. Niemand weiß, woher der kam. Und der ist auch ohne Ende, ja. Der ist ein Königpriester, der kommt irgendwoher, und alle werden zinsbar in ihm. Abraham und in Abraham auch Isaac und Jakob und die zwölf Stämme Israels sind alle, ganz Israel, ist zinsbar geworden, der Melschisedek. Wer ist der? Unser Herr Jesus Christus. Genial. Gott lässt es Jahrtausende aufschreiben, bevor Jesus kommt, lässt sein Volk in diesen Schattenbildern laufen, ja, in diesen alttestamentischen Schattenbildern. Und dann kommt Christus und durch Gottes Geist verstehen wir, was Gott mit diesen Worten des Melschisedeks wirklich meint. Und deswegen leben und wandeln wir nicht mehr in den alttestamentlichen Schattenbildern, sondern in den neutestamentlichen Wesenheiten Christi. Um darin wandeln zu können, brauchen wir Gottes Geist. Nicht mehr in den alttestamentlichen Schattenbildern, sondern in den neutestamentlichen Wesenheiten. In ihm selbst, mit aufgedecktem Angesicht, sehen wir Christus. Ja, und zwar im Alten Testament, schon in Melschisedek. Und wissen, dass unser Glaube richtig ist. Warum? Weil es geschrieben steht, seit 3000 Jahren hier. Wir wissen es, weil unser Glaube gründet sich auf Tatsachen, auf Fakten. Egal, wie ihr euch fühlt, egal, wie euer Tag gelaufen ist. Egal, ob ihr dem Herrn entschieden gewesen seid oder einen Kompromiss gemacht habt aus Angst und aus Schwachheit. Kenne ich auch. Kenne ich auch. Das ist Wahrheit, das steht so geschrieben. Das, das glaube ich. Glaube ist das genaue Gegenteil von Thun. Wo war ich denn hier? Haben wir das alles schon, ja, ne? Ne, heute haben wir ja gar nicht. Heu ja, jetzt habe ich alles verraten. Hier war man, ne? Okay, also Glaube ist das Gegenteil von Thun, nicht vergessen. Ja, Glaube ist keine Leistung. Glaubst du nicht, dass ich werde geglaubt? Warum? Warum glaube ich das denn? Weil es wahr ist. Warum soll ich nicht glauben, was wahr ist? Wisst ihr? Es ist Tatsache. Warum? Weil es schon seit 3000 Jahren in der Bibel steht. Und in Christus darf ich es verstehen. Und selbst wenn ich nicht glauben würde, wer es war, ja? Das Golgatha ist geschehen. Es geht nicht mehr, rückgängig zu machen. Und ich sage, Jesus, ich bin ein schwacher, ich habe kein großes Glauben. Ich komme zu dir, ich bin ein schwacher Mensch, ja? Ich möchte aus dem Bett entrückt werden. Ich will nicht in den Trübsal, ja? Ich habe da eine ganz eigene Vorstellung, aber mach du so, wie es vor dir recht ist. Geh mit mir in den Tag. Amen. Und dann ist gut. Mensch sein. Gott ist Mensch sein. Und nicht so ein eisgekalter Bescheidwisser, ja? Viele Leute wissen, das Internet ist voll von Vorschriften und Gesetzen und Spezialsachen. Und wer kann liebhaben? Wer kann mal mitweinen? Wer kann mal mitleiden? Wer kann mal verstehen, dass der andere in einer anderen Situation ist? Ich an deiner Stelle würde machen. Ja, ich bin nicht an seiner Stelle, versteht ihr? Ich an deiner Stelle würde so und so machen. Ja, mag sein. Du bist aber nicht an seiner Stelle. Er ist an seiner Stelle. Versetz dich doch mal in dessen Situation, in dessen Lebenshergang, in dessen Umstände, dessen Möglichkeiten und nicht möglich. Versetz dich doch mal da rein. Das ist eine Form von Selbstlosigkeit, ja? Mensch sein. Lebendig geworden. Ein Herz aus Fleisch und keins mehr aus Stein. Jetzt wird es spannend. Wofür ist das Gesetz überhaupt gut? Was würdet ihr sagen? Ja? Fremdiges Gesetz. Aha, kommt drauf an. Ja gut, also das Gesetz am Sinai. Ja? Zur Erkenntnis der Sünde. Absolut, ja. Ist auch schriftgemäß, sagt die Bibel, ja? Das Gesetz kommt der Erkenntnis der Sünde. Zum Meister auf Christus. Genau. Auch biblisch, ja? Gibt es auch eine Bibel? Wie funktioniert das? Wie würdest du sagen? Ähm, ja, einfach, dass man merkt, dass ich mich nicht selber erlösen kann. Genau. Dass ich den brauche. Genau, ja. Das Gesetz wäre ein Heilsweg, wenn ich nicht so schwach wäre. Ja? Das Gesetz wäre... Wer ist denn nach dem Gesetz selig geworden? Gab es da jemand? Es gab schon mal jemanden, der nach dem Gesetz selig geworden ist, das Gesetz gehalten hat und selig wurde? Henoch nicht. Bitte? Henoch nicht. Henoch nicht. Henoch nicht, ein bisschen zu früh fürs Gesetz. Entrückt worden? Ja, genau. Nein. Ja, Jesus, natürlich. Jesus war der Einzige, ja? Warum hat der denn das Gesetz... Ich verstehe, ich weiß nicht, wie der das Gesetz gehalten hat. Das ist gigantisch. Aber eins ist klar. Er ist das Wort. Ja? Und das Gesetz, das war... Er ist das Gesetz. Er war vorher auch selig. Bitte? Er war vorher auch selig. Er war vorher auch selig, ja, genau. Aber er kam ins Fleisch und es bestand die Möglichkeit, dass er gesündigt hätte. Aber er konnte nie beten, Herr, vergib mir. Nie, konnte er nie beten. Für ihn gab es keine Vergebung. Wer hätte ihm vergeben sollen? Wer hätte denn für seine Sünden bezahlen sollen? Es gab niemand, ja? Wenn Jesus das nicht geleistet hätte, wäre die Welt in Schutt und Asche heute. Die wäre zersprungen. Die hält jetzt noch, warum? Aus zwei Gründen. Weil die Gemeinde Jesu noch drin ist und weil es tausendjährige Reich noch kommen soll. Danach ist Schluss mit der Welt. Dann hört ihr auf. Ja? Und Jesus lebt und erfüllt das ganze Gesetz mit allem Drum und Dran. Deswegen konnte er jederzeit mit seinem Leib leiblich wieder in den Himmel gehen. Warum? Weil an seinem Leib keine Sünde war. Das kann man nicht verstehen. Aber hätte er jederzeit tun können. Damit hätte er nicht sterben brauchen, oder? Nein. Warum? Weil die Bibel sagt, tue das Gesetz und du wirst leben. Wie lang? Ewig. Ja? Jesus hat das Gesetz vollends erfüllt und ist trotzdem gestorben. Die Sünde, der Tod ist der Sünde sollt, ja? Der Tod ist der Preis, den wir bezahlen für die Sünde. Jesus hat einen Preis bezahlt, den er selber nicht verursacht hat. Er hätte nicht sterben brauchen, ja? Er hätte jederzeit mit seinem Leib in den Himmel gehen können. Trotzdem stirbt er und geht in die Hölle und wird wieder lebendig und er steht wieder auf. Ja? Und da hat Jesus mehr geleistet, als für sein eigenes Heil notwendig war. Ja? Denn für sein eigenes Heil, sein eigenes ewiges Leben hat er ja das Gesetz gehalten. Aber er hat trotzdem zusätzlich noch den Tod erlitten. Und da ist der Platz. Da gehören wir rein. Da ist unser Platz. Da gehen wir rein. So funktioniert die Erlösung. Ja? Jesus hat mehr getan, als für ihn notwendig war, dass er hätte wieder in den Himmel zurück zum Vater gehen können. Was hat er mehr getan? Er ist gestorben für unsere Sünden. Jetzt habe ich noch irgendwas im Kopf gehabt, ich habe es vergessen. Fällt mir vielleicht wieder ein. Das Gesetz ist dazu da, um vor Gott gerecht zu werden. Ja? Wir können es nicht. Aber, ja? Er zeigt, was wir tun sollen. Er zeigt damit auch, dass wir das Gesetz nicht halten können. Wir können es ja versuchen. Zehn Gebote, eine Woche halten, ja? Einen Tag halten. Kann der Mensch durch das Gesetz gerecht werden? Nein, kann er nicht. Warum? Weil das Gesetz durchs Fleisch geschwächt ist. Durch mein Fleisch. Es ist so, als ob ihr eine Eisenstange habt. Und mit der Eisenstange könnt ihr so ein Auto hochdrücken, ja? Da tut ihr so einen Betonklotz drunter. Und dann nimmt man die Eisenstange und drückt die runter. Und dann hebt sich das Auto hoch. Jetzt nehmt aber keinen Betonklotz, sondern zehnprozentigen Quark. Das bin ich. Und sorry, das seid ihr, ja? Dann geht es mir da. Die Eisenstange wäre stark genug. Aber der Quark, der kriegt es halt nicht aus dem Quark. Das ist das Bild, was da gezeigt wird. Das Gesetz ist geschwächt durch den Quark. Durch mein Fleisch, ja? Es wäre eine Möglichkeit, vor Gott gerecht zu werden. Warum? Jesus hat es gezeigt. Er wurde gerecht, weil er das Gesetz gehalten hat. Er kam ins Fleisch. Er wurde versuchlich. Er wurde anfechtbar. Und hat die Sünde verdammt im Fleisch. Verurteilt im Fleisch. Titanisch. Wie wird man gerecht vor Gott? Durch Glauben, ja? Jetzt wird es spannend. Wer war der Erste, der vor Gott gerecht wurde durch Glauben? Habe ich schon gehört. Mohammed? Was? Wer hat Mohammed gesagt? Ach, Noah. Mohammed, sofort raus. Noah? Okay. Ja, nee, Noah meine ich nicht. Bitte? Abraham. Wer hat das gesagt? Ah, gut. Okay. Loge. Logenplatz. Abraham. Was sagt denn die Bibel darüber? Wie wurde der gerecht? Abraham glaubte Gott. Abraham glaubte Gott. Und das rechnet er ihm zur Gerechtigkeit, ja? Abraham glaubte Gott. Und Noah glaubte Gott auch. Bitte? Noah glaubte Gott auch, ja? Ich bin auch bei dir, ja? Ich glaube, dass das immer schon so war. Dass das immer schon durch Glaube ging. Beim Abraham ist das Schöne, dass es im Neuen Testament erklärt wird, ja? Und, ja? Ja, bestimmt, ja. Also ich, es geht auch eigentlich nicht anders. Unser Heil ist eine Person, kein Zustand. Kein Zustand, den wir herbeiführen, indem wir das Gesetz erfüllen. Unser Glück, unsere Glückseligkeit ist eine Persönlichkeit, Jesus. Und der entscheidet, ja? Und das lassen, die Entscheidung lassen wir auch bei ihm, darüber, wer gerecht ist. Abraham war der Erste, sorry, ja? Der vor Gott gerecht wurde, nicht Mohammed. Ja, genau, ja? Da steht auch, Noah glaubte auch und baute dann die Arsche, ja? Das ist ja im Hebräerbrief steht das ja auch, die Glaubenshelden, ne? Ja, bei Abraham ist es noch ein bisschen was Besonderes. Wann kam das Gesetz? 430 Jahre. Sehr gut, hast du das gesagt? Ja. Ja, sehr gut. 430 Jahre später am Sinai. Ja? Das heißt, der Abraham, beim Abraham gab es noch gar kein Gesetz. Da gab es noch gar kein, 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 kein Mose. Was hat denn der Abraham dann getan? Der muss doch was tun. Nee, der hat nichts getan. Der ist durchs Land gezogen. Der hat Gott geglaubt, ja? Das gab es noch kein Gesetz. Wann kam das Gesetz? 430 Jahre später. Ja, Galater 3. Ich sage aber davon, das Testament, das von Gott zuvor bestätigt ist auf Christum, wird nicht aufgehoben, dass die Verheißung sollte durchs Gesetz aufhören, welches gegeben ist 430 Jahre hernach. Bisschen schwierig zu verstehen, bisschen verkryptigt formuliert. Was hat Abraham genau geglaubt? Naja, bitte? Genau, genau. Also genau gesagt, Abraham hat geglaubt, dass Gott den toten Isaac wieder auferwecken würde nach der Opferung. Warum? Weil Gott gesagt hat, Abraham sagt, was soll aus mir werden? Ich habe keinen Erden. Und dieser Knecht von mir, der kriegt alles. Ja, und Gott sagt zu ihm, du wirst einen Sohn bekommen und deine Nachkommen werden wie die Sterne am Himmel. Ja, das war die Verheißung an Abraham. Und diese Verheißung, dass er Nachkommen bekommen sollte, hat Gott später auf den Isaac gelegt. Er hat gesagt, in Isaac werden dir Nachkommen kommen. Abraham, Abraham, Isaac, Jakob, 12 Stämme, Israel und so weiter. So war die irdische Linie, ja? Jetzt hat Abraham im hohen Alter, bekommt er den Isaac. Und er freut sich riesig, macht ein großes Fest. Der Ismail war schon 14 Jahre alt, jetzt kommt der Isaac, wird ihm geboren. Und er wächst auf und Abraham freut sich, ich habe ein Nachkommen, ja? Mein Haus bleibt bestehen, ich habe ein Nachkommen von der Sarah, im hohen Alter geboren. Er hat niemand mehr geglaubt, dass Sarah noch ein Kind gebären wird, ja? Und dann bekommt er den Isaac und er wächst heran und irgendwann sagt Gott zu ihm, opfer mir den. Und der Abraham sagt, opfern, wieso? Ja, opfer mir den. Bring mir den zum Opfer. Meinen eigenen Sohn, ja. Als ich das gelesen habe, habe ich meine Frau gefragt beim Frühstückstisch, Anja, was hältst du von der Geschichte, was hättest du denn zu Gott gesagt, wenn er das zu dir gesagt hätte? Da sagt sie, wieso? Die sagt schlau, meine Frau fragt zurück, wieso? Immer zurückfragen, nicht sofort antworten, wenn er sich jemanden was fragt, ja, auch im Geschäft nicht fragen, sondern wieso? Was weißt du, wo kommst du her, wer bist du überhaupt? Also, und sie sagt, wieso? Und ich sage, ja, also ich hätte gedacht, Herr Gott hat seine Meinung geändert. Ich wäre tief traurig gewesen, hätte ich gesagt, gut, dann hat Gott vielleicht seine Meinung geändert und dann nimmt er mir den Isaac wieder. Dann sagt die Anja zu mir, ja gut, wie hast du gesagt, Gott hat noch nie ein Menschenopfer gebracht, ja? Da habe ich gedacht, wow, das ist besser als ich, ja? Du musst jetzt weghören, ja? Weil sie hält Gott sein Wort vor, ja? Ich war in mich selber so ein bisschen traurig und habe mich zurückgezogen, aber sie hat gesagt, du hast noch nie ein Menschenopfer gefordert, warum forderst du das jetzt? Das fand ich schon mal gut. Abraham ist viel besser. Abraham sagt, wenn Gott die Verheißung auf den Isaac legt und mir von dem Nachkommen kommen wie die Sterne und Gott jetzt will, dass ich den opfere, gibt es so eine Möglichkeit, Gott macht den wieder lebendig. Oh, hey, das ist 1. Mose 12. Das ist nicht Römerbrief. Das ist im Gesetz, im Tanach. Das ist Jahrtausende alt, ja? Das ist der Anfang. 1. Mose 12, überleg mal, da ist nicht weit bis zur Schöpfung. So weit vorne schon. Und der Abraham hat nicht irgendetwas geglaubt. Der hat Gott geglaubt, dass er ihm Nachkommen geben wird und dass die Sarah im hohen Alter noch gebiert und dass ein Kind der Verheißung kommt und dass dieser Isaac sein Nachkommer ist. Und als Gott sagt, opfere mir den, da hat er gesagt, ja, dann wird Gott ja wieder aufgewirkt. Dann geht er drei Tage mit seinem Esel und seinen Knechten bis zum Berg Moriah. Ihr kennt die Geschichte ja alle, ja, der wahrscheinlich der Berg Zion ist heute, ja, vermutet man. Und dann sagt er den Knechten, bleibt ihr hier und wartet. Und wenn wir dort hinübergegangen sind und, hinhören, angebetet haben, nicht opfern, wenn wir angebetet haben, kommen wir wieder, wer wir, naja, ich und mein Sohn, ja, wie willst du denn gerade opfern? Als ob er weiß, dass Gott den Isaac auferweckt und er wird mit dem Isaac wieder zurückgehen. Das ist gigantisch. Was glauben wir denn? Wir glauben, dass Gott den toten Jesus nach der Opferung auf Golgatha wieder auferweckt hat. Ja? Abraham glaubte, dass Gott den toten Isaac wieder auferwecken würde, dann hat Abraham ja einen Auferstehungsglauben. Ja, ja, natürlich. Wir glauben, dass Gott den toten Jesus wieder auferweckt hat, dann haben wir einen Auferstehungsglauben. Ja, natürlich. Ha, dann glauben wir ja wie Abraham. Ja. Dann sind wir Abrahams Kinder. Ja, genau. Die Sterne, das seid ihr. Wir sind die Sterne, die Abraham geboren werden sollten. Abraham glaubt an die Auferstehung und wir glauben auch an die Auferstehung. Und deswegen sagt Paulus, wir sind Kinder Abrahams. Im Glauben, im Geist und in der Wahrheit. Wir haben denselben Glauben wie Abraham. Das können die Juden nicht von sich sagen. Sie könnten, wenn sie dem glauben würden. Aber sie wollen ja nicht zu ihm. Ja? Versteht ihr, der Glaube Abrahams ist ein Auferstehungsglaube. Der ist fast schon neutestamentlich. Und wenn ihr das Alte Testament mit Gottes Geist lest, dann wird es zum Neuen Testament. Warum? Ha, weil das Neue Testament eigentlich nur die geistliche Erleuchtung und Erklärung des Alten ist. Ach so. Ja, genau. Und wir sollen das Alte Testament, das Gesetz, lesen nach seinem inneren Sinn. Und es weist auf Christus hin. Und Glaube war schon immer der einzige Weg, um gerecht zu werden. Warum? Weil nicht das Gesetz uns gerecht macht, sondern Gott selber in seiner Person. Ja? Haben die Jünger auch geglaubt, dass Jesus auferstanden ist? Anfangs nicht. Und später? Schon. Aber es hat gedauert, oder? Hat der Thomas gesagt, das glaube ich nicht. Also hier. Wenn ich die Hände nicht sehe, das glaube ich nicht. Die Emma aus Jünger brannte nicht unser Herz, als er mit uns redete. Langsam erst. Dann kommt die Maria vom Grab und die Martha und erzähl den Jüngern. Dann könnt ihr nicht glauben. Dann läuft der Petrus mit dem Johannes hin und sagt, gibt's doch gar nicht. Langsam erst haben die Jünger verstanden. Er ist auferstanden. Und dann steht er vor und zeigt sich 500 Brüdern auf einmal. Er ist wahrhaftig auferstanden. Aber ein Prozess. Schwierig. Jetzt stellt euch vor, der Abraham wäre dabei gewesen bei der Kreuzigung Jesu. Sie kreuzigen ihn und begraben ihn und legen ihn in den Grab. Und die Jünger sind traurig. Wisst ihr, was der Abraham gesagt hätte? Genau. Der hätte gesagt, dieser Jesus kann nicht im Tod bleiben. Der muss auferstehen. Warum? Weil alle Verheißungen auf ihm liegen. Dieser Jesus muss auferstehen. Der kann nicht tot bleiben. Warum? Weil das der versprochene Sohn Davids war. Weil er der Sohn Gottes war. Weil er das Lamm Gottes ist. Weil er Gott geoffenbart im Fleisch ist. Er kann nicht. Weil er nie gesündigt hat. Es wäre nicht recht von... Ah, jetzt weiß ich wieder, was ich eben sagen wollte. Es wäre gar nicht recht von Gott, wenn Jesus im Tode bliebe. Dass Gott Jesus auferweckt hat, zeigt, dass Gott anerkennt, dass Jesus ohne Sünde gelebt hat. Denn wenn Jesus nur eine Sünde getan hätte, hätte Gott ihn nicht auferweckt. Nicht auferwecken dürfen. Dann wäre er nämlich wegen seiner eigenen Sünde gestorben und müsste im Tode bleiben. Weil aber Gott Jesus auferweckt hat. Er kennt Jesus an, dass Jesus ohne Sünde gelebt hat. Wenn Jesus ohne Sünde gelebt hat, hat er den Tod unverdientermaßen erlitten. Wenn er ihn unverdientermaßen erlitten hat, hat er mehr getan, als für sein eigenes Heil notwendig war. Und da ist der Platz für uns. Er hat es für uns immer. Das heißt, die leibliche Auferstehung Jesu zeigt, dass Gott, der Vater, Gott dem Sohn recht gibt. Und sagt, du warst ohne Sünde und deswegen werde ich dich auferwecken. Aus der, Psalm 18, aus der tiefsten Heile, genau auf den höchsten Höhen. Das heißt, die Jünger haben die Auferstehung Jesu mühsam geglaubt, als Jesus auferstanden war. Abraham hat die Auferstehung geglaubt, vor der Opferung. Könnt ihr das vorstellen? Vor der Opferung hat er das geglaubt. Das kann ich gar nicht laut genug sagen. Ich mag nicht so laut reden, ich will euch ja nicht erschrecken, gell. Aber versteht ihr, der hat das vor der Opferung geglaubt. Warum? Weil er Gottes Wort ernst genommen hat. Das ist Glaube. Deswegen ist Abraham der Vater des Glaubens. Die Jünger mühsam nachher, Abraham schon vorher. Wir gehen jetzt zum Anbeten und wenn wir angebetet haben, kommen wir wieder zurück. Der hat dem Wort geglaubt, der Zusage Gottes. Dieses Wort hier, das ist nicht nur einfach so hingeschrieben. Das ist Gottes Wort an uns. Das lassen wir nie mehr los. Nie mehr. Das ist wertvoller als alles, was wir haben. Unser Glaube beruht auf Fakten. Nicht auf Schi-Shi. Auf Fakten. Versteht ihr das? Ja? Meine Tochter ist mit ihrem Fahrlehrer gefahren in eine Fahrschule und der Fahrlehrer sagt zu ihr, also irgendwie kam sie ins Gespräch und sie hat ihn eingeladen in die Gemeinde. Und dann sagt der Fahrlehrer, ja, muss auch mal überlegen, ob er da kommt. Vielleicht wollte er kommen oder wollte er auch nicht. Aber wollte gucken, was es zum Essen gibt, ja, genau. Und dann hat er, irgendwie kam sie ins Gespräch und sagte, also, soweit ich weiß, ist Jesus ja auch schon tot. Und die Lena sagt, soweit ich weiß, ist Jesus auch verstanden, ja. Das geht mir so ein bisschen hin und her, ja. Sie hat auch, ist auch durch die, das sage ich jetzt nicht, aber sie haben sich sehr angeregt unterhalten. Und das war zum Nachteil bestimmter Erfolgsdinger, die man erwartet hatte, ja. Aber kann man auch während der Fahrschule machen, ja. Und sie sagt auch, der Glaube beruht auf Tatsachen. Unser Glaube beruht auf Fakten. Woran können wir das denn sehen? An den Juden könnt ihr das sehen. Die Juden glauben das immer noch so beschränkt wie vor 2000 Jahren. Die gibt es vor unseren Augen. Wenn ihr der Bibel nicht glaubt, schaut euch die Juden an. Ja, die glauben das, wie es damals war. Besser ist noch, wir schauen in die Bibel und sehen, ja, Abraham ist unser Glaubensvater. Der glaubte an die Auferstehung und wir glauben auch an die Auferstehung, ja. 430 Jahre später kam das Gesetz. Und das Bündnis, was mit Abraham gemacht wurde, denn Abraham wurde gerecht durch Glauben, weil er glaubte an die Auferstehung. Und dieses Bündnis war von Gott zuvor bestätigt auf Christum, auf Christi auferstehen, wird nicht aufgehoben, dieses Glaubensbündnis mit Abraham wird nicht aufgehoben durchs Gesetz, was überhaupt nur 430 Jahre später kam. Halbes Jahrtausend kam das später, ja. Und die Glaubensgerechtigkeit im Abraham, ja, dieses Bündnis des Glaubens in Abraham, die bestätigt ist, damals schon bestätigt ist, auf Christum hin, wird nicht das Gesetz aufgehoben von Sinai. Warum? Das Gesetz ist nur Nebensache. Das ist nebeneingekommen. Woran denn? In ein Glaubens- und Vertrauensverhältnis, was seit Abraham, seit Noah, schon immer bestand. Ja? Am Sinai hat Gott nur dieses Gesetz in Buchstaben gegossen, damit auch der Letzte und die ganze Welt Gott schuldig ist, damit alle wissen, was geschrieben steht in der Bibel. Ja? Aber dieses Testament, dieser Glaubensbund mit Abraham, Galater, müsste man jetzt in Zusammenhang lesen, ja, aber das Gesetz kommt erst 430 Jahre später und der Glaubensbund mit Abraham wird nicht durch dieses Gesetz aufgehoben, als ob jetzt das Gesetz durch das, als ob jetzt die Gerechtigkeit durch das Gesetz vom Sinai käme. Auch die Juden müssen glauben wie Abraham. Sie wurden aber verwahrt unter dem Gesetz, ja, bis der Erbe käme, dem die Verheißung geschehen ist, Christus. Ja? Und weil wir dem Gesetz in ihm gestorben sind, werden wir eines neu, nämlich dem Auferstandenen Herrn Jesus Christus. Es wird nicht aufgehoben. Gesetz und Gnade. Ja, das Gesetz, was soll denn das Gesetz jetzt, sagt er, das ist hinzugekommen, damit wir wissen, was Sünde ist. Es ist hinzugekommen, bis der Nachkomme, bis der Samen käme, das alte Luther, ja. Das Gesetz ist hinzugekommen und gilt so lange, bis Christus kommt, bis der Nachkomme kommt, dem die Verheißung geschehen ist. Das ist Jesus. Und dieses Gesetz ist von den Engeln gestellt und ist gestellt von den Engeln durch die Hand des Mittlers, ja, durch Jesus Christus, durch die Engel gegeben. Da haben wir am Anfang von gesprochen. Wenn wir wiedergeboren sind, folgen wir nicht mit den toten Buchstaben, sondern Jesus Christus. Einer Person. Nicht mit dem Buchstaben, nicht mit dem alten Gesetz, sondern wir folgen dem Auferstandenen Jesus Christus. Warum? Weil wir selber auferstanden sind. Wir sind zum Leben gekommen. Wir wären ja gar nicht mehr zufrieden mit den Buchstaben. Der Buchstabe würde uns ja nur müde und traurig machen. Der würde uns ja nicht helfen in unserem Leben, in unserem Glauben, in unserer Freude, ja. Der Buchstabe würde uns gar nicht mehr satt machen können. Damit ist das Gesetz der Sünde und des Todes vorbei. Und das gilt für uns, das Gesetz des Geistes, das Gesetz Christi, das Gesetz der Freiheit. Heißt aber nicht, dass wir gesetzlos wären, sondern wir sind frei in der Bindung an Jesus, sind wir frei. Die Welt glaubt, sie wäre frei und ist gebunden an alles. Wir sind gebunden an Jesus und in ihm sind wir frei. Und diese Bindung dauert 24 Stunden, 100 Prozent des Vermögens. Und nicht nur der Zehnte. Wer den neuen Wein geschmeckt hat, wie heißt das, sagt, gib mir von dem Alten, denn der ist milder. Das hat mit Evangelium und Gesetz zu tun. Wer ist denn da da rechts? Das ist der hohe Priester, ja? Der alte hohe Priester aus dem Alten Bund. Mit dem Brustschild, ja? Hat er da auf der Brust? Da? Was ist da drauf, weiß es jemand? Edelsteine, zwölf Stück, ja? Für? Für die zwölf Stämme Israels, genau. Effort heißt es, ja, genau. Kann man noch mehr über das Effort sagen? War noch was drin im Effort? Uremontomim. Was heißt Uremontomim? Licht und Recht. Was war das? Er wurde mit gewürfelt oder Entscheidungen herbeigeführt. Genau. Also nicht gewürfelt in dem Sinne, wie wir das kennen, sondern es wurde gefragt und dann gab es die Entscheidung. Ja, genau. Licht und Recht. Licht und Recht, ja? Also eigentlich Mehrzahl, Lichter und Gerechtigkeiten, müsste man eigentlich sagen. Man weiß nicht genau, ob die Bedeutung stimmt, da man vermutet hat, ja? Zwölf Stämme Israels und zwei Zeugen, zwölf und zwei, machen wir jetzt nicht, ja? Zwölf tote Steine, edle Steine, ich will das nur ein bisschen neugierig machen, ja? Zwölf edle Steine für die zwölf Stämme Israels, aber tote Steine. Zwei lebendige, man weiß nicht, ob das Steine waren, die reden konnten. Zwölf und zwei, was Gemeinde Jesu ist, die man noch nicht sah, die noch verborgen war, ja? Ja, die war Licht und Recht. Recht für das Wort Gott, Lehre, ja? Licht für Gottes Geist. Ist aber ein Geheimnis auch. Aber ist heute nicht unser Thema, ja? Wie war da mit dem Priestertum? Abraham, 2000 Jahre vor Christus, nicht ganz, 1950 Jahre so, ich hab mal grob 2000 geschrieben, ja? Da war der Abraham. Gab es aber noch kein levitisches Priestertum? Gab es damals noch nicht. Es kam ja erst am Sinai, ja? Aber es gab den Melchisedek schon. Den hat er ja getroffen, der Abraham. Ja, den Priester des Höchsten gab es damals schon. Aber noch kein levitisches Priestertum. Wann kam das denn, das levitische Priestertum? Am Sinai, bitte? 450 Jahre später. 450, 430 Jahre später, ja? Am Sinai, Mose, rund 1500 vor Christus. Ja? Da kommt das levitische Priestertum. Da kommt es dann, 1500 vor Christus. Ja? Und dann kommt David. Nochmal 500 Jahre später. Und der singt den Psalm 110. Und wovon handelt der Psalm 110? Von Melchisedek. Aha. Zur Zeit Davids gab es aber das levitische Priestertum schon. Ja? Trotzdem schreibt David einen Psalm. Einen Psalm 110. Den formuliert er. Und in diesem Psalm 110 redet er von Melchisedek. Sollen wir den kurz aufschlagen? Das heißt, der David redet von einem Priestertum, ja, wo doch eins da war. Das sagt der Hebräerbrief eben. Das gab es ja schon. Ja? Psalm 110. Ich lese es vorher, dann ist es mit auf Band. Psalm 110. Der Herr sprach zu meinem Herrn. Aha. Da redet also Gott der Vater zu Gott dem Sohn im Alten Testament, ja? Das ist ja schon mal interessant. Jesus bezieht sich da drauf später. Der Herr sprach zu meinem Herrn. Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße lege. Der Herr wird das Zepter deines Reiches senden auszieren. Herrsche unter deinen Feinden. Nach deinem Sieg wird dir dein Volk willig opfern in heiligem Schmuck. Deine Kinder werden dir geboren wie der Tau aus der Morgenröte. Hier ist von einem Feldherrn die Rede, der ein Zepter trägt. Das ist eine Königslinie, ja? Der Herr hat geschworen, und es wird ihn nicht geräuen. Du bist ein Priester nach der Weise Melchisedex. Du bist ein Priester ewiglich nach der Weise Melchisedex. Jetzt kommt der Priester. Gerade war es noch das Zepter und der König, und jetzt kommt der Priester. Nach welcher Weise kommt dir ein Priester? Nach der Weise Melchisedex. Ein Königpriester. Christus. David redet davon, prophetisch, während das levitische Priestertum da ist. Und er lebte ungefähr 1050 bis 950 vor Christus. Das meint der Hebräer Brief und sagt, der Melchisedex hier im Alten Testament, ja? Der wird uns berichtet in 1. Mose bei Abraham. Dann kommt 500 Jahre später das levitische Priestertum. Genau 430 Jahre später, ja? Und noch einmal 500 Jahre später kommt der David an und redet prophetisch von dem Melchisedex hier vorne, ja? Das haben wir gerade gelesen. Und das hat der Hebräer Brief hier erklärt im 1. Jahrhundert. Es gibt ein neues, ewiges Priestertum in Christus. Und Christus ist der Melchisedex, von dem David erzählt hat, weil er scheinbar mit dem levitischen Priestertum nicht wirklich zufrieden war, ja? Sonst hätte er es ja dabei belassen. Aber das levitische Priestertum gab es zur Zeit von David, ja? Salomon hat ja dann später den Tempel gebaut. Levitische Tempel, levitisches Priestertum. Aber David schaut schon vorweg auf einen Priester, der wohl so ist wie der, der noch kommen soll, Christus. Also hat sich das Priestertum bewegt vom levitischen Priestertum zu dem Priestertum Christi. Da gehören wir zu. Das müssen wir wissen, ja? Das ist euer Eigentum, euer Erbe, eure Aufgabe, ja? Wir sind Priester mit Christus und er ist ein Königpriester. Ist Jesus hoher Priester heute? Ja. Ist Jesus König heute? Ich glaube, nein. Noch nicht, oder? Wann wird denn Jesus König sein? Im tausendjährigen Reich. Was ist denn dann sein Königsvolk? Israel. Ja? Ja? Israel, sein Königsvolk. Und was ist heute sein Volk? Die Gemeinde ist heute sein Volk. Und jetzt wird es gefährlich. Ist Israel heute sein Volk? Ist Israel das Volk Gottes? Jetzt wird es gefährlich, gell? Kommt drauf an. Kommt drauf an. Ja? Ja? Okay. Ist Jesus Gott? Natürlich. Ja. Ist Israel das Volk Jesu Christi? Nein. Nein. Israel war Gottes Volk? Absolut, im Alten Testament. Das ist immer noch. Und wird es wieder werden. Ich bin es anders. Ja. Okay. Na, ist das schlimm. Wir dürfen ja unterschiedlicher Meinung sein. Ja? Ja? Es steht ja auch, es ist momentan zur Seite. Es wird immer Gottes Volk sein, Arjen. Und wie denkst du, wer den Sohn nicht hat, hat den Vater nicht? Richtig, aber er wird sie sammeln. Da ist er bei. Da müsste man noch mal in Ruhe sprechen drüber. Können wir uns nochmal. Meine Mama und ich, wir haben da auch ein großes Defizit, würde ich mal sagen. Eine große Differenz, ja? Die sagt, Israel ist Gottes Volk. Ich habe das auch immer so gekannt. Und ich würde da noch nicht jetzt direkt so Nein sagen wollen, ja? Aber im Moment gibt es ein Volk, das aus einem Nichtvolk kommt. Lo Ami. Ich werde zu diesem Volk sagen, ja? Wir sind ein Volk Gottes, das keine Nation ist, sondern aus allen Nationen kommt. Ein Volk, das nicht von dieser Welt ist. Für einen Tempel, der nicht von dieser Welt ist. Für einen hohen Priester, der nicht von dieser Welt ist. Für ein Reich, das nicht von dieser Welt ist. Aber dieser Jesus kommt wieder auf den Ölberg. Nämlich so, dort, wo er aufgefahren ist, sagen die Engel, so kommt er wieder auf den Ölberg und richtet dann sein Reich auf. Dann wird er auch König sein. Er ist jetzt hoher Priester, aber Herzog. Ja? Sagt der Hebräerbrief mal. Er herrscht noch nicht. Er herrscht in unseren Herzen. Und er sorgt auch für seine Gemeinde. Aber es gibt noch Trump und Putin und Co., ja? Wie war die Frau Merkel? Ja? Ja? Also die gibt es alle immer noch. Und das Königreich Jesu Christi ist noch nicht angebrochen. Jesus kam als König. Jesus kam als Sohn Davids, oder? Natürlich. Wer war David? David war der Lieblingskönig Gottes. Jesus kam, um sein Reich aufzurichten. Jetzt sag ich, was schlimm ist. Und meine Frau ist, du musst mir jetzt helfen, ja? Er kam nicht, in erster Linie nicht, um auf Golgatha zu sterben. Es ist so nachher gekommen, nach Gottes wohlbedachtem Ratschluss. Jetzt müsst ihr hebräisch denken. Nicht paulinisch. Denkt mal, es gäbe kein neues Testament. Ihr müsst jetzt euch in jemand anders reinversetzen. Denkt mal alttestamentlich. Hebräisch, alttestamentlich. Freue dich, Tochter Zion, dein Priester kommt zu dir. Nein. Dein König. Jesus ist auf einem Esel nach Jerusalem reingeritten, nicht um gekreuzigt zu werden, sondern um dort als König anerkannt zu werden. Das ist eine alttestamentliche Königreichslinie des Königreichs, des Königtums David, des davidischen Königtums. Hätten die Juden Jesus damals anerkannt, da gäbe es keinen Trump. Was wäre denn dann passiert? Dann wäre das tausendjährige Reich angefangen. Ja, sagen alle, da gibt es ja keinen Golgatha. Nein, da gibt es keinen Golgatha. Jetzt müsst ihr hebräisch denken, nicht christlich, nicht neutestamentlich denken, alttestamentlich denken. Das ist eine alttestamentliche Linie. Freue dich, Tochter Zion, dein König kommt zu dir. Sanftmütig und reitend auf einer Esel. Jerusalem hat diesen König aber nicht anerkannt. Sie haben ihn verworfen. Sie haben gesagt, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Wir haben keinen König außer dem Kaiser in Rom. Sein Blut komme über uns und über unsere Kinder. Das haben sie gesagt. Und ab dem Zeitpunkt hat Jesus seinen Dienst geändert. Matthäus 12. Von dem Zeitpunkt an begann Jesus und sprach, kommt her zu mir alle. Nicht nur Israel. Nicht nur Juden. Alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch, denn mein Joch ist sanft und leicht. Von dem Zeitpunkt an. Das, was wir lesen in der Bibel, ist dynamisch. Das ist kein statisches Poesiealbum. Ja? 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 Ja. Sagst du, wenn die Juden alle kennengelernt hätten als König, dann hätte das Volkern nicht gegeben, dann wären alle verloren, die Juden auch. Ja, da gebe ich dir recht. Das ist auch der große Argument, dem ich mich am Frühstückstisch immer gegenüber sehe. Da wird noch kein Schuh draus. Petrus sagt den Juden, ihr habt den Gesalben Gottes umgebracht nach wohlbedachtem Ratschluss Gottes. Das war gewollt von Gott, dass Jesus auf Golgatha stirbt. Und man kann die Königreichslinie nicht denken ohne die Opferlinie und ohne die Priesterlinie. Das ist richtig. Ich will nur, dass ihr das ein bisschen versteht. Das ist ein dynamischer Prozess in den Evangelien, ja? Die Bergpredigt ist die Verfassung des Königreiches Jesu. Gleichzeitig die Verschärfung des levitischen Gesetzes. Das hat jetzt schon begonnen? Das hat jetzt schon begonnen. Wo? Mitten unter uns. Mitten unter uns, okay. In uns. Ein König regiert. Ja. Der Herr regiert ja in uns, das Königreich. Habt ihr eine Bibelstelle dafür? Ja. Ich auch nicht, und das ist mein Problem. Also ich bin bei euch. Also man... Durch den Glauben, ja? Ich bin bei euch. Ihr Mann, wir sind Preußen. Der Preis will das immer ganz... Das wird digital sein. Ja, das muss rechteckig digital sein. Sonst geht das alles nicht in seinen Schädel rein. Ja? Weil der im Kopf auch so ein rechteckiges Raster hat, ja? Man kann das eine nicht ohne das andere denken. Das ist ein und dieselbe Medaille. Ich hab euch jetzt aber nur mal die Seite gezeigt. Die ist fremd für euch, weil ihr immer nur die seht. Ihr seht immer nur, Jesus für mich am Kreuz von Golgatha gestorben. Ja, das stimmt. Aber es gibt auch, Jesus kommt als König und reitet nach Jerusalem rein. Sie verwerfen ihn. Und dann wird er gekreuzigt. Das ist eins. Ja? Ich hab das jetzt auseinandergezupft. Und die hab ich hinten und hab euch nur das gezeigt. Und ich sagte, ja, wo ist denn deine andere Hand? Ja, die gibt's auch noch. Die gehören so zusammen, ja? Aber ich hab euch nur mal, es gibt zwei Seiten davon. Und wenn ihr im Alten Testament guckt, seht ihr den leidenden Messias und den herrschenden Messias nebeneinander. Ist ein und derselbe Messias. Ja, liest du vor? Lukas 17, 21. Was steht da? Wo das Reich ist in euren Herzen. Jesus sagt, auch das Reich Gottes ist schon da und jeder dringt mit Gewalt hinein. Pilatus sagt zu Petrus, so bist du denn ein König? Und Jesus sagt, ja, ich bin ein König. Ich bin in die Welt gesandt, um von der Wahrheit Zeugnis zu geben. Ich bin ein König. Pilatus schreibt ans Kreuz, Inri, Jesus Nazarenus Rex Judea. Jesus, der Nazarener, König der Juden. Und die Juden kommen und sagen, schreib das, der das gesagt hat, aber nicht, dass das ist. Und der Pilatus sagt, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Ja? In Kolosser 1, Vers 13 steht auch, er hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Thronen seiner Liebe. Ja. Und wenn wir schon in sein Reich verletzt sind, in der Anmerkung steht, dass man wohl auch seinen Königstherrscher überletzen kann. Ja. Wenn wir schon da rein verletzt sind, dann hätten wir ja angefangen. Ähm, bin ich bei euch. Ich will das auch nicht so, wie gesagt, nicht so mit dem Messer schneiden, ja. Ähm, aber ich würde so sehen, ich sage schon was anderes. Das Königreich Jesu Christi, dieses tausendjährige Friedensreich. Da ist Jesus König. König über die ganze Erde. Der Stein zerschlägt das Standbild in Daniel. Und wird selber zum großen Felsen, der die ganze Erde füllt, ja. Dieser Stein ist Christus. Er zerschlägt noch, die Weltreiche sind noch nicht abgelaufen, da kommt noch was, ja. Aber dieser Stein schlägt diese ganzen Weltreiche und dann wird er selber zu, das ist Jesu Königreich. Dann herrscht Jesus hier auf der Erde. Das ist für mich unvorstellbar. Dann wird Aachen eine Provinz von Jerusalem sein. Und einer von euch hat vielleicht hier das, gerade hier, der muss das hier, ihr werdet ja herrschen mit Christus. Das ist für mich ein Geheimnis. Was heißt herrschen? Alles zu 100% kontrollieren oder weniger? Wir sind Priester und Könige mit ihm. Israel war ein priesterliches Königtum. Die Gemeinde ist ein königliches Priestertum. Für die Gemeinde Jesu ist der Schwerpunkt auf Priesterschaft. Für das Israel Gottes ist der Schwerpunkt auf Königschaft. Jesus kam aus dem Geschlecht Davids, nicht aus Levi, dem Fleisch nach. Warum? Weil David die Königreichslinie war. Christus ist ein König, aber sein Königreich hat Aufschub erlitten. Warum? Weil sie den König gelünscht haben. Ihren eigenen König haben die getötet. Und das Königreich hat Aufschub bekommen. Und was ist jetzt für ein Königreich? Ein Königreich der Himmel. Mit Himmelsreich Gleichnissen. Ein Königreich, was man nicht sieht. Was in der Gemeinde Jesu da ist. Eine Priesterschaft, die über die Erde hier geht seit 2000 Jahren. Die aber niemand gedacht hätte, dass das ein Priester Gottes des Höchsten wäre. Aber ihr seid Priester Gottes des Höchsten. Ihr selber, die hier hier sitzt. Versteht ihr? Die Gemeindelinie hat die priesterliche Linie. Israel hat die Königreichs- und Reichslinie. Das sind zwei Linien. Weil es ein König-Priester ist. Ein Melschi-Sedek. Wenn ihr Zacharja lest, dann werdet ihr sehen, dass irgendwann der Zerubabel gekrönt wird. Der Zerubabel hat den Tempel gebaut. Das ist ein Bild auf Christus. Das ist ein Priester. Der ist gekrönt. Aber nachher wird sich das Priestertum und das Königtum zusammenfügen. In Zacharja 13, 14, 15. Da wird gezeigt, dass dann alle gekrönt werden. Auch die Königreichslinie kommt dann zusammen. Dann ist Jesus Priester und König. Ja? Bei allem, was du heute so erzählst. Also alles, aber auch was du heute erzählst. Wenn man immer so auf sein Tun guckt, und aber sieht, was das dann ist, ist es zu viel. Aber nicht im negativen Sinne. Das ist mein Blöde. Aber auch das ist noch zu klar. Shichu sagt immer, unfassbar. Ja, das passt. Unfassbar. So groß ist Jesus. Und größer. Und wenn man sich da rein vertieft, dann wird man fröhlich, weil man sagt, ich habe diesen Gott gefunden. So groß ist Jesus. Wir sehen ja nur die Fußstapfen von ihm. Wir hören ja nur den Schleier so ein bisschen von seinen Gewandern uns vorbeirauschen. Wir haben ihn ja noch nicht ins Angesicht gesehen. Das ist Jesus. Das ist das Evangelium. Das war es Leuten wert, Hab und Gut drauf zu geben und dieses Evangelium über die Alpen zu bringen. Zu den verrückten Germanen. Nach Irland. Nach Papua-Neuguinea. Nach Nordafrika. Ja? Weil die haben was geschmeckt von der Gnade Jesu. Von der Größe. Das ist groß, wovon wir reden. Das ist etwas Großes. Das ist etwas Weltweites. Da ist es eine Verschwörungstheorie. Das ist eine Verschwörung gegen die gegenwärtige Weltherrschaft. Gegen das babylonische, metopersische, griechische Reich. Gegen Amerika, gegen Russland. Weil wir sagen, Putin ist nicht Herrscher der Welt. Trump ist nicht Herrscher der Welt. Jesus ist Herrscher der Welt. Das ist Verschwörung. Das ist Majestätsbeleidigung. In der Demokratie geht das. In einem liberalistischen westlichen Land geht das alles. Sagt es mal in China. Denkst ja auch Ping da. Du bist nicht hier der Herr, sondern Jesus. Ist aber dann passiert. Ja? Das ist eine Verschwörung, wovon wir reden. Jesus ist König der Welt. Alle Weltreiche werden irgendwann aufhören. Das mögen die Politiker nicht. Wir sind demokratistisch heute. Wir haben eine... Ja? Das Evangelium hat sich auch ein bisschen... Das wird auch mal so, mal so gepredigt. Je nachdem, wie die Zeiten waren. Bei Napoleon hat man das nicht sagen können. Bei den römischen Kaisern auch nicht. Die Juden haben gesagt, wir haben keinen König außer dem Kaiser. Diese Männer haben gesagt, ja, dass sie einen anderen König haben, nämlich Jesus. Das sind Verschwörer, das sind Politkritiker, ja. Die müssen hier weg. Das haben die Juden gesagt über die Apostel. Denkt mal dran. Die haben denen politische Vorwürfe gemacht. Nicht religiöse. Ja? Sie sagen, sie haben einen anderen König. Und es ist gegen den Kaiser. Und wenn du Pilatus, ja, den nicht verurteilst, ja, bist du des Kaisersverwürdig. Und Pilatus wusste, dass der König vor ihm steht. Und den tötet er. Und Pilatus ist im Wahnsinn gestorben irgendwo in Rom. Das ist wahnsinnig geworden darüber. Ja, ich weiß, mit dem Königreich, ich verstehe das, dass das schwer... Also ich denke, dass da die beiden Linien sind, ja, und dass man das sehen kann. Häufig wird gesungen von dem König Jesus. Das prägt uns. Lieder prägen uns sehr, ja. Aber der vom König Jesus steht im Neuen Testament an nur zwei Stellen im Timotheusbrief, im ersten und im zweiten. Damit gebe ich euch zu. Es ist nicht so, als ob da gar nichts stünde vom König Jesus, ja. Da steht etwas vom König Jesus. Man kann es nie so ganz mit dem Messer schneiden, aber die grobe Linie ist eine andere. Paulus sagt zu Timotheus, Timotheus, da ist so viel Stress in der Gemeinde, so viel Ärger dort, so viel Ärger mit der politischen Welt, so viel Ärger mit den Juden, die ganz Ephesus gegen dich auf... Du wirst von Pontius nach Pilatus gezerrt in Ephesus, ja. Vergiss nicht, König der Welt ist nicht der Kaiser in Rom, sondern Jesus. Das ist der Zusammenhang. Das ist ein Trost für den, ja. Trotzdem glaube ich, dass die offensichtliche Königsherrschaft Jesu, wenn Jesu friedensreich ist, noch kommen wird im tausendjährigen Reich. Aber ich verstehe, dass es für euch auch schwierig ist, so nachzuvollziehen, weil wenn man da zum ersten Mal einfach hört, ja, dass man diese zwei Linien eigentlich hat. Wie gesagt, im Alten Testament gibt es das auch. Frage, glauben die Juden an den Messias, dass der Messias kommt? Glauben wir auch, dass der Messias kommt? Ja? Wisst ihr, dass die... Super. An wie viele Messias kommen, glauben denn die Juden? Wisst ihr, dass die Juden an... Bitte? An eins. An zwei. An zwei. Die Juden glauben, dass zwei Messias kommen. Das ist ja verschieden. Ja. Ist unglaublich, oder? Der erste Messias, an den die glauben, ist der Messias Ben-Josef. Messias, der Sohn des Josef. Der zweite Messias, an den die glauben, ist der Messias Ben-David. Das klingt für uns komisch. Warum? Weil wir glauben, dass ja schon ein Messias da war. Die Juden sagen, der ein Messias, der Messias Ben-Josef, der wird sterben. Und dann wird ganz Israel ganz traurig sein. Und dann kommt der Messias Ben-David. Und der kämpft für Israel. Und der richtet dann das messianische König. Das ist die Endzeiterwartung der Juden. Das ist auch ganz logisch. Warum? Weil die ja glauben, dass ein Messias noch... Wir glauben, dass der erste Messias, der Ben-Josef, der ist ja schon da gewesen in Christus. Und wir glauben, dass derselbe, der schon mal da war, ein zweites Mal kommt. Aber die haben das alte Testament und das ist, was euch fehlt. Die haben im Kopf diese zwei Linien. Den herrschenden und den leidenden Messias. Den leidenden Messias sagen wir, das war Jesus. Der war ja schon vor 2000 Jahren. Und der herrschende, ja der kommt noch. So denken wir. Aber die denken, der Leidende kommt noch und der herrschende kommt auch noch. Deswegen warten die auf zwei Messiasse. Müssen wir nachgucken. Wieso heißt der Josef? Bitte? Wieso heißt der Messias Ben-Josef? Ganz genau weiß ich es nicht. Hängt wahrscheinlich nicht mit Maria und Josef zusammen, ja. Müsste ich nachgucken. Was ich weiß, ist, dass die sich auf Zacharja beziehen. Und in Zacharja steht, sie werden sehen, in denen sie gestochen haben. Und werden weinen, wie man weint um einen ersten Sohn und so weiter. Das ganze Volk wird weinen. Diese Bibelstelle, die wir auf Jesus auslegen, weil sie am Kreuz in ihn gestochen haben, indem sie Hände und Füße durchbohrt haben oder auch die Seite geöffnet haben, diese Stelle wenden sie an auf den Messias Ben-Josef, der noch kommen soll. Und sie sagen, da geht es darum, dass der Messias Ben-Josef erstochen wird, getötet wird. In der Endzeit. Und wenn der tot ist, dann kommt der Messias Ben-David und das ist ein kriegerischer Messias und der richtet sein Reich auf. Wir haben eine sehr grobe Sichtweise. Und ihr versteht jetzt, dass die beide Linien noch parallel für die Zukunft sehen. Während wir als Ketzer, in Anführungsstrichen, glauben, dass die erste Prophetie des Messias schon vor 2000 Jahren war und nur noch der Messias Ben-David, nämlich der Königsmessias, kommt. Der leidende Messias war schon da. Aber wenn er jetzt kommt, bittet er nicht. Dann herrscht er. Er zwingt die Völker unter sich. Er zwingt. Vor ihm hergeht Pestilenz, wenn er kommt. Habakuk, Prophet Habakuk. Wenn jetzt Jesus kommt, wird er nicht bitten. Er wird sich nicht angespucken lassen. Er wird sich nicht kreuzigen lassen. Er wird jetzt mit Dynamis und mit Kraft sein Reich aufrichten. Das erwartet die Welt. Und das ist auch richtig so. Das erwartet und das ist richtig so. Und er wird mit dem Schwert, mit dem Wort, wird er die Welt beurteilen und herrschen. Ist aber vielleicht auch ein neuer Gedanke, aber ist vielleicht mal wert, so ein bisschen nachzudenken. Jetzt wollte ich euch noch kurz was zeigen. Das haben wir gestern im... Oh, jetzt habe ich das wieder falsch gedrückt. Das ist die Welt. Haus, Baum, Strauch, Sonne, Grün. Oben drüber ist der Himmel. Wo strecke ich das jetzt richtig? Himmel. Ja, ich weiß nicht. Wo, ach, im Kleinen. Ah, ja, genau, der ist schon da, ne? Ist natürlich da. Man muss auch gewisse Vorteile haben. Wer da oben hingeschrieben werden, kann gleich zu mir kommen. 100 Euro. Ne, also Himmel, ja? Das müssen wir vergessen. Da ist der Mensch da unten. Der wohnt, der lebt in der Schöpfung. Der ist geschaffen, Adam, ja? Und seine Nachkommen. Gefallen in der Schöpfung. Der wohnt hier in der Erde. Und auf der Erde hat Gott sein Gesetz gegeben. Ja? Das Gesetz Sinai gilt für und gegen den Menschen. Auf der Welt. Hier, horizontal. Nicht vertikal. Ja? Das Gesetz gilt nicht im Himmel. Es ist am Sinai gegeben als irdische, ähm, irdischer Ausflug des heiligen Willens Gottes für sein irdisches Volk Israel. Und dann auch für die ganze Welt. Und dann auch für die ganze Welt. Da kommt Jesus Christus irgendwann. In diese Welt. Lebt, stirbt, stirbt, wird begraben. Er steht von den Toten auf, fährt auf in den Himmel. Jetzt ist er im Himmel. Zu Pfingsten gibt Jesus seinen Geist in die Welt, ja? Und da geschieht zum ersten Mal in Gottes Heilsgeschichte Wiedergeburt. Der Mensch kommt zu Glauben an Jesus. Jetzt hat er zwei Naturen. Ja? Einen alten Menschen, den Schwarzen, der hier zur Schöpfung gehört. Und einen neuen Menschen, den Weißen. Der ist weiß und der bleibt weiß. Der ist so weiß, wie man sich gar nicht vorstellen kann. So weiß wie Jesus auf dem Berg der Verklärung. Es gibt nichts mehr, wohin der wachsen könnte. Der ist perfekt. Das ist die Stellung in Christus. Der ist 100 Prozent, wegen mir eine Million Prozent. Der ist perfekt, ja? Und dieser Mensch, dieser neue Mensch, der gehört zu Jesus Christus im Himmel. Ja? Also das ist der Himmelsmensch, dessen Bürgerrecht ist im Himmel. Und unsere Natur, unser Wesen ist das. Laut biblischer Lehre. Wir empfinden uns nicht so. Ich sage das ganz deutlich. Wir erleben uns nicht so. Wir erleben nur den hier unten. Das ist Gottes Botschaft in seinem Wort. Das sagt uns Gottes Wort. Dass das Wahrheit ist. Das ist unsere Hoffnung, in Christus zu sein. Aber es gibt den alten Menschen und den neuen Menschen. Den fleischlichen und den geistlichen. Den inwendigen und den auswendigen. Den neuen Adam und den alten Adam. Die Bibel hat viele Begriffe dafür. Viele Begriffe, um diese Situation hier zu kennzeichnen. Und diese Situation, die führt uns in Spannungen. Weil der hier unten immer das macht, was der nicht will. Und das, was der will, das macht er nicht. Ja? Trotzdem erleben wir uns als eins. Das ist biblische Botschaft. Das werden wir dereinst sehen, wenn uns mal die Hüllen weggenommen werden. Wenn wir wirklich sehen, von Angesicht zu Angesicht. Dann werden wir das sehen. Ja? Aber wir gehören zu Christus. Er zu uns und wir zu ihm. Wir sind in ihm. Der Mensch hier unten, der ist dem Gesetz verpflichtet. Und das Gesetz gilt auch noch für ihn. Das Gesetz gilt für alle Menschen. Für alle Menschen. Und auch für die Wiedergeborenen. Für den alten Menschen, des wiedergeborenen Menschen auch. Weil der alte Mensch stirbt wegen dem Gesetz. Weil wir gesündigt haben, werden wir sterben. Nicht am Krebs. Ja? Es gibt nur einen Menschen, für den das Gesetz nicht gilt. Das ist unser wiedergeborener Mensch. Der im Himmel ist. Warum? Weil den das Gesetz nicht erreicht. Warum erreicht den das denn nicht? Weil wir in Christus sind. Weil wir in Christus sind. Und weil wir in Christus sind. Und Christus das Gesetz schon erfüllt hat. Was sollte er denn auch anderes tun? Und es ist sein Wort, sein Wesen, sein Wille. Wenn Gott im Fleisch geoffenbart wird, was würde er anderes tun, als sein Gesetz zu erfüllen? Ja? Das heißt nicht, dass es ihm leicht gefallen ist. Aber was soll? Es ist Gottes heiliger Wille. Wenn Gott im Fleisch geoffenbart wird, wird er auf jeden Fall dem Gesetz gemäß leben. Es gibt keine andere Möglichkeit. Sonst wäre Gott sich selber ja untreu. Versteht ihr? Ja? Das heißt, Jesus hat das Gesetz erfüllt. Und der alte Mensch, der ist damit ausgeichst. Der gilt nicht mehr. Juristisch. Wenn Gott uns anschaut, sieht er uns in Christus. Das hat Gott ausgeblendet. Nicht, dass er es nicht wüsste. Nicht, dass er es vergessen hätte. Aber er hat es ausgeichst. Warum? Weil er seinen Sohn, den Gerechten, bestraft hat. Indem er sein Gesetz übertreten hat, uns zugute. So sehr hat Gott die Welt lieb. Das darf nur er. Er darf alle Dinge. Und das heißt also, dass dieses Gesetz, was nur auf Erden gilt, erreicht hier keinen mehr. Der wird eh sterben. Der wird vom Gesetz gerichtet und der wird wieder zur Erde werden. Aber der, der lebt ewiglich. Aber den, den erleben wir so wie Paulus im Römer 7, dass wir sagen, das Gesetz ist gut, aber sein Urteilsbruch erreicht mich nicht mehr. Das gibt es nicht mehr. Weil das Gesetz nur auf Erden gilt und nicht mehr im Himmel. Warum? Weil es im Himmel nichts zu tun hätte. Das Gesetz wäre ohne Aufgabe im Himmel. Weil das Gesetz soll doch von Sünde überzeugen. Aber gibt es im Himmel Sünde? Nein, gibt es keine. Wen gibt es denn im Himmel? Gott, den Vater, Gott, den Sohn, Gott, den Geist und seine Gemeinde. Die Wiedergeborenen, die alle nach Gotteswesen geschaffen. Im Himmel gäbe es keine Aufgabe für das Gesetz. Wo gibt es eine Aufgabe für das Gesetz? Auf der Erde. Warum? Um dem gefallenen Adam, der aus dem Paradies vertrieben ist, nochmal hinterher zu rufen, was alles Sünde ist. Damit er es wirklich weiß. Und damit die Sünde übermächtig wird, weil er sie vorsätzlich tut. Er weiß, dass es Sünde ist. Ich weiß, dass es Sünde ist. Und ich falle trotzdem rein. Und sehe, wie verloren ich bin. Noch mehr verloren, als mir meine Augen zeigen, meine blinden Augen mir zeigen. Noch mehr. Wer zeigt das? Gottes Wort. Warum? Weil Gottes Wort ein Licht auf meinem Weg ist. Es leuchtet in uns. Es ist ein scharfes Schwert, das schneidet und trennt Fleisch und Bein, Geist und alles auseinander. Und schneide dich mitten hindurch. Deswegen ist dieses Wort da. Und gleichzeitig ist es Heil, Labsal, Trost, weil es Botschaft gibt von Christus, der gestorben ist und auferstanden ist. Und dass ich in einem neuen Menschen mit ihm sein darf. Und es geht nur durch den neuen Menschen, weil der Alte ist zu gar nichts mehr nütze gewesen. Wenn man so sieht, ist es eigentlich ganz logisch. Noch Fragen? 18 Uhr. Wenn keine Fragen sind, ist es ein ganz gutes Zeichen oder ein ganz schlechtes. Wann stirbt der Alte Mensch? Wann der stirbt? Kommt drauf an. Eigentlich sind wir mitgestorben zum Zeitpunkt der Kreuzigung Jesu Christi. Aber momentan haben wir beides in ihm. Ja. Wir werden diesen nicht los. Bitte? Was? Das Biest schwimmt. Wir haben immer mit der alten Natur zu kämpfen. Das bleibt auch. Und das ist für uns auch gut, weil wir sonst hochmütig würden. Und wir würden unseren Nächsten nicht mehr verstehen können. Gott vergibt uns alle Schuld. Und die Schuld, die wir hier an dem alten Menschen tun, die zeigt uns, wie nötig wir die Vergebung Jesu Christi gehabt haben. Und wie dringend nötig das war, dass er kommt. Und wie sehr er uns lieb gehabt hat, dass er so einen alten Madensack wie mich trotzdem annimmt. Dass wir das nicht verdient haben. Aber dieser, der lebt in unseren Augen, lebt er noch und der existiert auch de facto noch. Gott sieht den auch noch. De jure hat er sein Urteil schon an Christus vor 2000 Jahren auch an dem hier vollzogen. Und deswegen blendet er Gott denn aus. Das ist für nicht mehr von Belang. Also juristisch tot. Juristisch tot. Die Frage ist jetzt natürlich, okay, deine Schwester kommt jetzt vor drei Wochen zum Glauben. Ja, war die vorher jetzt nicht wiedergeboren? Nee, war sie nicht. Ja, aber dann hat das ja vor drei Wochen noch gar nicht gegolten, was vor 2000 Jahren schon passiert ist. Ja, das ist schwierig zusammenzubringen. Warum? Weil hier die Ewigkeit auf die Zeit trifft. Ja. Und deswegen würde ich das im Alltag gar nicht so kompliziert machen. Sondern sagen, da ist immer zum Glauben gekommen, der hat Gottes Geist, der ist schön, der freut sich an Gottes Wort und der ist zum Glauben gekommen an Jesus Christus. Trifft das ungefähr deine Frage? Solange wir hier auf der Erde leben, haben wir noch mit dem alten Menschen zu tun, aber er ist ja nicht der, der uns verurteilt, also vor dem wir zu Gericht gebracht werden, weil wir diesen neuen Menschen haben. Genau. Der alte Mensch geht nicht in den Himmel. Der alte Mensch geht nicht in den Himmel. Der bleibt hier, wird zu Humus und wird zu dem hier wieder. Deswegen brauchen wir auch noch das Gesetz als Gerichtsschnur für den alten Menschen. Das ist eine gute Frage. Weil wir haben, wir benutzen, also deswegen predigen wir ja auch das Gesetz wöchentlich, täglich, damit wir wissen, wie wir uns zu behalten haben. Gut, da kommen wir nochmal drauf, vielleicht beim nächsten Punkt, vielleicht morgen auch. Ich bin ein bisschen unsicher, weil morgen ist ja eigentlich Sonntag und Sonntag eine Predigt ist ja immer so ein bisschen pathetisch. Jetzt wollte ich mit euch aber gerne ein bisschen Bibelarbeit machen, die ist nicht so sehr pathetisch. Ja, macht euch das nichts aus, dann machen wir hier einfach weiter. Habt ihr kein Gesetz? Okay. Du hast gesagt, wir dürften ja Fragen stellen, ne? Ja, genau, aber nicht alle. Ja, pathetisch. Ja, also so ein bisschen sakral, ja. Bisschen sakral. Also so eine lockere Bibelarbeit ist jetzt nicht unbedingt so. Ich bin da aber auch, ich kenne das so, aber ich bin da auch bei euch. Wenn ihr kein Gesetz habt, bin ich da froh drüber. Ihr sagt immer auch, dass ich mir immer denke, wir sind zu tun, nee, wir sind Brühe zu Knechte, wir haben getan, dass wir zu tun schuldig waren. Ja, genau. Das nochmal wirklich. Wir sind Brühe zu Knechte und wir haben das getan, dass wir zu tun schuldig waren. Wir sind in der Bettung, das ist immer verantwortlich, um so zu leben, das kann schade. Es ist halt so, dass wir in der Bibel zwei Perspektiven gezeigt bekommen. Wir kriegen einmal die himmlische Perspektive gezeigt und eine irdische. Und unsere Logik kann beide nicht zusammenbringen. Denn die himmlische Perspektive sagt, ich habe meine Hand auf dich gelegt, du bist mein, du wirst nie mehr verloren gehen, sagt Jesus. Die irdische Perspektive sagt, sie sind abgefallen, sie haben die Welt liebgewonnen, sind wieder zurückgegangen in die Welt. Aber steht auch so schrieben, um wieder lieb zu spüren. Ja gut, jetzt geht es nur ums Heil, also nicht so sehr um Erziehungswege, sondern darum, kann man wieder verloren gehen oder kann man nicht verloren gehen. Und die Bibel zeigt eigentlich beides. Es gibt Leute in der Bibel, die die Welt wieder liebgewonnen haben, die wieder vom Glauben abgefallen sind, das gibt es. Und es gibt auf der anderen Seite die Bibelstelle, wo steht, man kann nie mehr verloren gehen. Der Jesu Eigentum ist, niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Warte, wir sind noch nicht ganz fertig, aber vergiss nicht deine Frage. Das heißt, Gott zeigt uns zwei Perspektiven. Eine himmlische Perspektive und eine irdische. Und die Aussagen des Himmels, die widersprechen manchmal den irdischen Perspektiven. Denn vernunftsmäßig würde man sagen, ja, ich habe einen Kumpel gehabt, der ist zum Glauben gekommen. Ein paar Jahre später war er im Bauwagen, ist als Alkoholiker gestorben. Er hat sich vom Glauben total wieder abgelöst und auch widersprochen dann irgendwann. Dann würde ich sagen, also meine Erfahrung, und ich lebe halt hier im Grünen, ja, und gucke mit meinen irdischen Augen, sehe ich einen Freund, der hat sich bekehrt und ist wieder von Gott weg und hat auch so sein Leben beendet. Und gleichzeitig gibt es Aussagen der Bibel in einer himmlischen Perspektive, wo die Bibel sagt, der, den Jesus Christus zu seinem Eigentum erwählt hat, den kann selbst der Teufel nicht mehr auf seine Hand reißen. Dann sagt die Logik, ja, ist ja super, dann machen wir, was ich will. Aber es geht nicht um Logik, es geht um Geist. Die Logik missbraucht die Gnade Gottes immer, zu allem. Aber was ich damit sagen will, ist nur, es gibt zwei, Luther sagt dazu, inferior und superior, ja, also die irdische Welt und die jenseitige Welt. Das ist für mich ein Zeichen dafür, dass das Gottes Wort ist. Denn wenn es nicht Gottes Wort wäre, gäbe es nur das hier, das Grüne. Und dann zeigt uns die Bibel halt Aussagen aus dem Himmel, die den Aussagen und meinen Erfahrungen, die ich so mache in meiner Lebenserfahrung, zum Teil widersprechen. Das ist eine gute Frage. Normal müsste man sagen, von der Logik geht es halt nicht. Es geht entweder das eine oder das andere. Abraham war schlauer, der sagt, es geht das eine oder das andere. Es geht nur durch Auferstehung. Ich bin aber bei dir, jetzt gibt es zwei Parteien in der Christenheit, die einen sagen, man kann nie mehr verloren gehen, und die anderen sagen, ich muss mein Heil festhalten. Aber für mich steht beides in der Bibel. Es gibt beides. Das macht uns möglich, dass wir jemandem beides sagen können. Das heißt, da kommt jemand Verzagtes zu uns, der Angst hat und sagt, ich taug nicht für den Himmel und ich glaube, mein Heil ist am Ende. Und dem kannst du sagen, Jesus lässt dich nicht los. Das ist dein Trost. Der lässt dich nicht los. Du kannst dich eh nicht festhalten. Und dem anderen kommt, der sehr stolz ist und aufsässig und sagt, mir kann gar nichts passieren und ich mache hier. Und du kannst ihm sagen, wenn du so weitergehst, Wolfgang, gehst in die Hölle. Mit deiner Villa auf Mallorca. Beides kann man sagen. Du gehst verloren. Gut, er war jetzt natürlich nicht gläubig. Aber wenn ein Christ anfängt und mutwillig vorsätzlich in der Sünde lebt und bleibt und nicht umkehren will, dann kann man sagen, du gehst verloren, wenn du so weitermachst. Das heißt aber, da fängt Weissagung an. Versteht ihr? Leider passiert manchmal das Umgekehrte, dass der Verzagte noch belastet wird und der Aufsässige noch getröstet. Aber wenn Gottes Weissagung geschieht, dann wird der Verzagte getröstet mit dem einen Vers und zur selben Zeit der Aufsässige ermahnt mit dem anderen. Das sagt aber dann, dass ich lernen muss, mit dem Wort Gottes umzugehen. Und ob Gottes Geist mir zeigt, mit wem ich wann über was spreche. Für mich gilt beides nebeneinander. Die Logik sagt, das kann doch gar nicht sein. Doch, das kann sein. Kommt ein Schüler zum Rabbiner und sagt, Rabbi, ich habe eine Frage. Er sagt, was ist denn los? Warum geht die Sonne im Osten auf und im Westen unter? Dann sagt der Rabbi, wenn es umgekehrt wäre, hättest du auch gefragt. Also es gibt halt diese Punkte, die sich in der Bibel rein logisch widersprechen. Für mich ist es kein Widerspruch. Der größte Widerspruch in der Bibel ist, Jesus Christus, ganz Gott und ganz Mensch. Das ist für mich der größte Widerspruch. Wir wissen nur nicht, wer der Mensch ist. Und wir wissen nicht, wer Gott ist. Aber Jesus Christus, ganz Mensch und ganz Gott, dazwischen liegt unser Universum. Da liegt die ganze Welt zwischen. Das ist für mich der größte Widerspruch. Das ist kein Widerspruch. Das wird in Christus geht das. Die Logik ist nicht in der Lage, Gott zu erfassen. Die Logik sagt, wenn Gott allmächtig ist, kann er einen Stein schaffen, der so schwer ist, dass er einen selber nicht mehr hochheben kann. Für die Logik ist Gott widersprüchlich in sich. Der kann auch mit Unendlichkeit nicht umgehen. Nicht mit Erwählung. Nicht mit Gottes Willen und meinem Willen parallel. Der wird sagen, also entweder bin ich eine Marionette Gottes, dann habe ich keinen freien Willen, dann gibt es für mich keine freie Entscheidung. Oder ich habe eine freie Entscheidung, dann gibt es Gott nicht. Versteht ihr? Aber diese Dinge sind für uns logisch nicht aufzulösen. Die sind nur im Glauben zu erfassen. Und damit schließe ich, wenn ich dann morgens aufstehe und gehe ins Geschäft, auf der Arbeit, lebe ich als Mensch, der liebevoll mit seiner Umwelt umgeht und sage, ich habe einen guten Vater im Himmel. Ob jetzt mein neuer Mensch nach links abbiegen will und mein alter nach rechts und jetzt wer den Blinker betätigt, da denke ich nicht drüber nach. Das führt uns nicht weiter. Das ist etwas, wo Gott uns in die Ewigkeit schauen lässt, mit Augen, die wir eigentlich nicht haben, indem er uns durch sein Wort diese Wahrheit zeigt, die uns großer Trost ist. Sollen wir abschließen? Beten wir noch zusammen. Herr Jesus, es war jetzt viel aus deinem Wort und wir staunen über die Fülle und freuen uns darüber, dass du alles gut gemacht hast und wohl gemacht hast, dass dein Wort Wahrheit ist, dass wir glauben dürfen an dich, dass wir hören dürfen auf dein Wort, dass wir auch durch deinen Geist dein Wesen mehr erfassen, dass wir gesund werden an deinem Wort, dass du redest zu uns, dass du uns zeigst, wer wir sind, dass du uns auch unsere dunklen Seiten zeigst und zeigst, wie groß dein Werk auf Golgatha war und dass du dein Wort wahrgemacht hast, dass du kommst, dass alles wahr ist, wovon wir lesen. Danke für die Hoffnung, die du uns gibst, für die Freundschaft untereinander, für die Geschwisterschaft, für den Weg, den du mit uns gehst, gegangen bist und auch noch gehen wirst. Segne uns auch, auch wenn wir auseinander gehen. Bewege dein Wort in unseren Herzen und heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. 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 Amen.